Die SOA Days bieten die einmalige Chance, mit einer Fachcommunity in Kontakt zu kommen. Das Schöne an den SOA Days ist eigentlich die Summe aus Anwendererfahrung und wirklich fachlicher Tiefe. Und hier vereinigen sich sozusagen Anwender aus Unternehmen, für die Enterprise-Architektur und IT-Transformation von vitalem Interesse ist. Aber wir haben auch Berater, wir haben Wissenschaftler, die bringen verschiedene Kräfte zusammen hier. Und insofern ergibt sich ein besonders breites Spektrum an Themen und eben der entsprechende Tiefgang. Das ging eine ganze Zeit lang nur um die IT. Jetzt geht es ums Business, ums Geschäft. Wie kann ich besser, agiler am Markt agieren? Und dafür brauche ich eine Architektur wie SOA. Und deshalb sind die SOA Days unglaublich wichtig. Die Architekten in einem Hause ist eine relativ kleine Gruppe von Menschen, denen häufig der Austauschpartner fehlt. Und hier ist die Veranstaltung, wo man mit genau den Menschen in Kontakt kommen kann, die in anderen Unternehmen dieselbe Herausforderungen haben, die man selbst im eigenen Unternehmen hat. Also Austauschplattformen, Diskussionsplattformen und auch wahrscheinlich, weil die Geschwindigkeiten unterschiedlich sind, man kann hier eine Menge lernen. Ich finde, dass das Schöne an den SOA Days ist, dass man Vorträge mitbekommt auf allen Ebenen, auf strategischer Ebene, wo man ein bisschen weit rausschaut. Digitalisierung, was bedeutet das, wohin geht es? Dann hat es aber auch andere wirklich Vorträge, die dann in die Tiefe gehen, wo ich sehr detailliert mit Best Practices sehe, was haben die Firmen gemacht, was haben sie sich die Zähne ausgebissen, wo waren die Probleme? Und diese Breite und Tiefe, die, glaube ich, macht es sehr spannend für Teilnehmer daran Zeit zu nehmen. Die SOA Days 2014 waren ganz besondere SOA Days. Sie hatten einen ganz anderen Charakter gefühlt als alle vorherigen. Die digitale Transformation, das Kernthema dieses Jahr, hat wirklich alle anwesenden Branchen und Firmen und Perspektiven betroffen. Das Internet der Dinge, das Internet der Dienste und das Internet der Services erreicht alle Branchen, alle Unternehmen, alle Geschäftsprozesse in einer Art und Weise, die wir als unausweichlich beschreiben können, unumkehrbar und schnell, vor allem schnell. Wie tragen wir dieser Geschwindigkeit Rechnung? Eine wirklich so was von gemeinsame Frage, dass die Dichte des Austausches so groß war wie wahrscheinlich in keinen SOA Days davor.